Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders, wie immer auf Fränkisch. Ich hoffe, ich habe jetzt in etwa den Spitzstand wieder getroffen, also ich habe ein bisschen hier gespielt, dass ich wieder genauso weit bin. Ähm, und dann machen wir jetzt mal weiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da runterhüpfen will, oder ob ich nicht. Ich glaube, ich gucke erst mal danach. Da sieht es mir weniger nach Kampf aus. Na, da komme ich dann wahrscheinlich nicht weiter, oder? Naja. Was willst du jetzt? Ja, das kann ich aber auch mal machen. Oder macht das dir gar keinen Schaden? Gut. Auf jeden Fall zu wenig. Halt! Das da. Bäm! Okay, da hoch. Dann da rüber. Bäm, 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 bäm! Dusch, dusch! Bäm, bäm! Ah, okay. Schon erledigt. Dann mal in diese Richtung weiter. Oder komme ich da am Ende her? Nö. Irgendwie sieht das so aus, als wäre das hier ein Ausgang zu irgendwas. Ach, da, schau her. Das hier war das. Okay. Ja, dann, äh, doch nochmal da runter, hä? Ach, jetzt seid ihr schon wieder da. Das ging ja schnell. Ach, Mist, falsche Tasse. Bäm! Baby. Okay. Genug des Rumspielens. Schauen wir mal weiter. Und da muss ich jetzt da irgendwie rein und dann, äh, da, da waren ja auch voll die bösen Typen, ne? Hm. Die absolut bösen Typen waren da. Das ist doch schon wieder der Typ, ja? Den ich da auseinanderlegen muss und der dann Rüstung verliert. Naja, egal. Okay. Das ist doch schon wieder. Na, 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 na. Jetzt durst du mich ja schon mal den zerlegen lassen, gell? Wo läuft denn der hin? Au, 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 au! Wir leben! Unverwundbarkeit, hä? Au, Mist. Au. Bäm! Bäm! Yeah! Und da haben wir schon... What? Ah, 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 ah! Nein, jetzt habe ich mir das Giftzeug eingesammelt. Oh, oh! Ah! Ah, 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 ah! Nein, nein, ja! Jetzt erst mal der. Und dann bitte da hinlassen, was soll man da drin? Ach so, da ist... Ah... was so geht es jetzt check ich das erst kann er automatisch gegner anvisieren und dann schießt er auch gott so easy befürcht ich halt auch Nein, weg! Nein, weg! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Wäre ich nicht so schlecht. Au! Ha! Naja, was heißt eigentlich H? Ey! Okay. Oh! 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 Oh Mann! Oh Mann, der explodiert! Leckgummi! Das bin ich gewusstet! Jetzt darf ich wieder gegen die zwei Ritter kämpfen. Oh Gott! Oh Gott! Schaff ich doch nie! Oh! Du bist ein Narr hierher zu kommen! Oh! Ah, ah, ah! Nein! Das ist total fies! Arzt! Ah puh! O welch! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah-ah! Ah! Ah! Ah no. Ah! 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 Oh, ah! 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 Ach man, und die erwischen mich aber trotzdem jedes Mal. Ich werde dir das Fleisch von dem Knochen reißen. Jetzt ist es aber gut, oder? Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Okay. Es ist alles gut. Es ist... Alles ist gut. Ich bin total erschöpft jetzt. Ich bin jetzt absolut erschöpft. Das Spiel erfordert ja höchste Konzentration. Das ist glaube ich mehr was für 14-Jährige und so. Äh, jetzt habe ich ja eigentlich das dritte Schwert für die Mitte da, oder? Kommt das hin? Dass ich da jetzt vielleicht hin muss? Probier's mal. Ah ja. So offensichtlich nicht. Hm. Na, aber auch eine Möglichkeit. Nur wo... Wo war das? Da oben, oder? Wahrscheinlich bin ich jetzt völlig falsch. Wahrscheinlich hätte ich das Schwert ganz woanders gebraucht. Moment. Moment, warum fahre ich jetzt runter? Bin ich nicht mal von oben gegangen? Ne, anscheinend nicht. Warum fahre ich gerade runter? Das ist doch in jedem Fall falsch. Ja, das ist doch definitiv... Ne, ne. Ach, ich war jetzt wohl völlig anders, oder? Ach Gott, ach Gott. Hm. Wenn ich ja jetzt wenigstens wieder drücken könnte. Und warum habe ich auf Y nichts, ja? Was kommt denn da noch? Bin sehr gespannt. Was da noch kommen wird. Ja klar, ich muss ja hier nach links. Also jetzt probieren wir das nochmal. In der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Ansonsten... Aha. Schon mal geklappt. Hat auch geklappt. Jetzt sind wir da. Ja, aber was will ich denn hier? Achso, aber da haben wir schon alle drei Räume. Das da war das, genau. Aber da haben wir alle... Aber da hinten war ich noch nicht. Doch, da war ich. Ne, dann ist das falsch. Da muss ich jetzt... Och man. Völlig falsch gelaufen. Na gut. Muss ich doch irgendwas... ganz oben mit dem Schwert machen. Hm. So, das heißt... Jetzt aber hier... Bäm. Bäm. Und hier. Und drüber. Und drüber. Gut. Darüber. mit meinen super schwarzen Flügeln. Mächtig, mächtig, mächtig. Hier wieder raus. So, und jetzt. Jetzt wohin? Wo ist denn noch was zu? Da vorne. Das heißt, ich muss... rechts rum. Hm. Bestimmt, oder? Bestimmt, oder? So? Stimmt das? Ja, einmal geradeaus rüber. Okay. Okay. Hier ist die Tür zu. Da ist er... Nö. Doch, halt, stopp. Da ist ein Schwert. Dann ist... fehlt doch bestimmt... Nö. Hä? What should I do? I don't know. Da hinten ist ein Schwert drin. Aber hier gibt's nix, ne? Wo ich ein Schwert reinstecken könnte. Was ist denn das da? Ha? Hier, geh auf! Da drüben sind laute Kisten. Hier bin ich da drin. Da drüben sind laute Kisten. Wie komm ich denn da hin? Ich will da hin? Ich will da hin. Von der anderen Tür... Hä? Da ist noch ne Tür? Also da die Tür, warte mal einen Moment. Ne. Da ist nur die Tür. Doch, da drüben ist ne Tür. Wie komm ich denn da hin? Hups! 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 Hupsi dupsi! Ahem! Okay! Äh, der... Da ist... Hier und dann... Hä? Muss irgendwie da oben sein. Da? Tick, 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 tick. Hä? Jetzt bin ich, äh... verwirrt. Sehr verwirrt. Okay, wir gehen immer hier entlang. Ach, das war doch das, wo ich da über den... Ja, aber kann ich hier da nicht? Da müsste ich jetzt mal drüber. Hm. Da... Und da hab ich mir ja den Stein runter geholt. Genau. Damit ich... Ach so, damit ich da drüben hoch kann. Steht ja schon da. So, und jetzt eben nicht nach rechts, sondern nach links. Ah. Aber wie bekomm ich das jetzt? Ach so, warte mal. Aha! Ach, und da bekomm ich jetzt... Nö. Abgrundrüstung. Cool. Sammeln sie ja alle 10 Teile, um die Rüstung zusammenzubasteln. Mhm, mhm, mhm. I will do. Was haben wir hier? Ein Zornkern erhöht kriegsmaximales Zorn. Toll. Das ist genau das, was ich brauch. Ähm. Ja. Super. Oh. Ne, da nehm ich einen anderen Weg. Da ist nichts mehr... Ach so, ich kann ja keinen anderen Weg nehmen. Mhm. Ach komm. Ich drück doch schon wie so ein blöder B. Du kleine Drecksau. Okay. Ey. Aber wo tu ich dann den, äh... Spieß nahestecken? Ach, und da drüben bin ich völlig falsch gesprungen, weil da hätt man oben entlang gekonnt. Ah, haha. Ja gut. Äh, pff. Ändert da nix. Wo muss ich hin? Alle Türen grün. Alle Türen grün. Alle Türen grün. I don't understand. Das kann ich jetzt nicht austauschen oder so, ne? Nö. Da ist nix. Da ist nix. Nö. 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 Soll ich's mal da reinschmeißen? Nein, da kann ich auch nix machen. Nö. Fuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuff Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter, so oder so. Ich such mal ein bisschen rum. Bis zum nächsten. Tschüss.